Wie steht es um die Arbeitswelt und Finanzpolitik im Europa der Zukunft? Diese Frage stand im Fokus beim Dienst-Talk der Steirischen Volkspartei. Am Vorabend zum Tag der Arbeit hat eine hochkarätig besetzte Expertenrunde zu diesem Thema Stellung bezogen. Der Weg aus der europäischen Schuldenkrise ist dabei, wo das wichtigste Kriterium, das es zu überwinden gilt. Das System hat gestimmt und die Möglichkeit zur stärkeren Zusammenarbeit und zur Bewältigung der Krisen wäre da gewesen. Griechenland hätte nicht aufgenommen werden dürfen und die Durchlöcherung und Aufhebung des Stabilitätspaktes, nicht zuletzt durch Deutschland und Frankreich, war ein gravierender Fehler, der zu Vertrauensverlust geführt hat. Darum war es notwendig, dass jetzt mit dem Fiskalpakt, mit der Schuldenbremse, mit dem verbesserten Stabilitätspakt und einem europäischen Stabilitätsmechanismus die notwendigen Instrumente geschaffen wurden, um die Krise zu bewältigen und den Euro stabil für die Zukunft zu machen. Gerade die, die angesprochen wurden, Griechenland, Zypern, auch andere, die im Rampenlicht stehen, das sind Länder, die jetzt ihre Hausaufgaben machen wollen. Das ist sicher sehr, sehr schwer, weil es ja da sozusagen um die Substanz geht, aber nur dann kann die Gemeinschaft auch bereit sein, Hilfen zu geben. Konsolidierung bedeutet immer am Anfang Verlust von Wachstum. Aber zur Konsolidierung gibt es keine Alternative und eine Reihe europäischer Länder hat eine Menge getan. Die Iren haben das gezeigt, die Portugiesen zeigen das. In Italien trotz der politischen Krise sind die Finanzkennziffern wesentlich besser, als das vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Also insofern glaube ich, werden wir im nächsten Jahr wieder zu mehr Wachstum in Europa kommen. Arbeit verleiht Status, vermittelt Zugehörigkeit, schafft Identität und ist das Grundbedürfnis des Menschen. Doch wie sieht die Zukunft aus? Die Regionen stärken die Einheit Europas. Wir sind das Forschungsland Nummer eins in Österreich. Wir sind ein Land der Bildung. Wir sind vorne mit dabei und wir haben den Fuß in der Tür der Zukunft. Aber insgesamt im Blick auf Europa tun wir uns natürlich schwer, wenn ich an die Jugendarbeitslosigkeit etwa in Spanien und in anderen südeuropäischen Ländern denke. Aber auch hier ist Solidarität gefragt und ist gefragt, dass die Union hier viel Geld in die Hand nimmt, um Jugendarbeitsplätze zu schaffen, damit das einmal ins Laufen kommt. Die Zukunft Europas – eine Aufgabe für heute. Ich hoffe, dass wir neu durchstarten können, denn die Finanzkrise, die ja eine veritable Wirtschaftskrise ist, wird Jahre dauern, bis wir sie überwunden haben. Ein gemeinsames Ziel bedeutet eine gute Wirtschaft, florierende Wirtschaft und viele Arbeitsplätze. Das wollen die Banken, das wollen wir. Beim nächsten Dienstag wartet wieder ein aktuelles Thema mit besonderen Gästen auf Sie. Die Moderatorin von ATV Bauer sucht Frau oder dem aktuellen Bachelor, die kommen beide und werden Rede und Antwort stellen zu der Frage, gibt es so etwas wie Voyeurismus, das man heutzutage einfach vor sich her tragen möchte. Ein ganz anderes Thema, aber geht sicher auch ins Bauchgefühl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017